Hallöle! Ja, ich will euch heute mal ein Baumhaus zeigen. Das ist hier gerade ganz merkwürdig. Hier schneit es im Darm, regnet es. Ja, und so fängt es hier an. Hier ist schon mal die Terrasshause. Und ja, wir haben das alles so gebaut, dass alles so ein bisschen rausguckt. Kann man so sagen. Manu, jetzt komme ich nicht durch. Gut. Hier will mein Bruder so eine Schiebetür bauen. Hier soll es irgendwie hochgehen. Hier, das ist so auch noch eine zweite Terrasshause. Und jetzt zeige ich euch mal das Schlafzimmer. Äh, ja, hier mit Wecker. Wir sind auch so Gronx-Fans. Und wir versuchen das hier gerade so ähnlich zu machen wie er. Mit meinem Freund Lennart und meinem kleinen Bruder Linia. Ja. Ja. Okay. Von oben sieht das so aus. Wir haben irgendwie 100 Bäume zusammengepflanzt. Ja. Und hier führt auch noch eine Achtbahn lang. Okay. Ciao. Und wartet. Ciao. Okay. Tschüss. 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 Vielen Dank.